Dr. Yadda Verdammt, müssen wir wirklich einen außerhalb von ihnen lüren? Vermont, ich hab dir gesagt, es kann nicht drin sein. Aber hier ist nichts. Gibt's nur ein Samobjekt? Nein. Okay. Hier wird die Jahreszeit geschlossen. Es ist zu kalt, hier zu sein, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie diese Darm-Gunnen in den drin bringen würden. Amando würde sie nicht töten. Hey, hast du den Darm-Key? Ja. Kann ich das von dir nehmen? Wir benutzen das. Wir werden es zurück, wenn wir fertig sind. Wir benutzen das? Ja. Nein. Sie sind definitiv auf zu etwas mit dem Schlüssel. Nicht, dass sie darüber sprechen werden, mit mir hier stehen. Nee. Hallo? Achso. Kann ich mich nicht hier irgendwie verstecken? Der Skull ist hier weg. Aber... vielleicht... vielleicht... der Turtel und... ...Deadworld... ...den Schlüssel haben, Max. Ich weiss, dass ich in die andere Zeitlinie muss. Ich sollte meine Macht nutzen, um sie zu schauen. Von... ...Deadworld... ...Deadworld... Oh, für zu viel. Das wird etwas verwenden. Kann ich mir vorstellen. Ok, dann gehen wir mal zurück zur Terrasse. Detlellanasta Und jetzt? Du bist gut, Sotar. Dann was? Und nichts. Dann ist er weg, wenn du ein Stück weit entfernt hast. Was ist die Frau? Es gibt Zeit für sie später. Fokus auf sie. Oh, verdammt. Das ist das große Assassin-Games, die alle Untergrads spielen. Sie benutzen die Karte als Bait. Ich glaube, ich werde das einfach nicht geben. Wo kann ich noch eine Karte verwendet werden? Wenn ich nur meine Hände auf dem Kauschkopf bekomme. Gleiches Schnappchen-Türtel, gleiches Kühlschluss, oder? Dann gehe ich erst mal zur Toilette. Komm, wir schauen uns das an. Mit der Hoffnung, dass wir jetzt nichts skippen. Da ist sie, sicher und kalt. F***, Größe ist wichtig. Ich muss einen Weg finden, um da zu kommen. Die Grösse. Komm, es kommt doch auf die Grösse an. Ich bin sicher, dass du eine Karte sah. Wo war das? Jetzt muss ich es wahrscheinlich zur Toilette. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Grösse. Es ist viel zu kalt, um hier zu sein, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie die DART-GUNS haben. Okay, hier kann ich schon mal nix machen, kann ich hier was auswählen, nope. Sie ist so stark, ich wäre ein totaler Schuss in ihren Schuss. Ich habe nicht erwartet, dass Sie hier sehen. Als wir heute Morgen sprechen, habe ich nicht erwartet, aber ich konnte nicht helfen, Habit. Sofie und ich haben hier Essen, jede Woche. Terrible Essen. Aber es ist knapp. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Keine Weihnachtsmus-Dekorations auf dieser Seite. Ja, lass mich einfach alle meine Rocketboots schrauben. Ich brauche ein paar Inche, wenn ich das runterkomme. Na, vielleicht muss ich doch in die andere Zeitlinie. Alle wieder zurück zum Anfang. Das macht doch keinen Sinn. Glaube ich zumindest. Da kann ich nicht nur das Alter sein und weiß nicht, dass du das stärker bist. Du wirst ja auch wieder raus, ich wäre es in der brau, wie du es da bist. Und ich bin in der andere Zeitlinie. Und ich bin in der andere Zeitlinie. Ich bin zu Hause und ich bin in der andere Zeitlinie und bin in der andere Zeitlinie. So, warum, warum, nicht nur die Leiterung, aber ich bin jüngst? Und ich bin sicher, eine Chance für meine Leben langes Träume zu leben, um zu seiniger Mädchen zu sein. Aber ich bin jetzt nehmt. Das darf ich nicht. Ja ich darf's einfach mitnehmen, klar. und so kann ich auch so wie an okay das ich frage mich ja nicht ob es nicht so irgendwie so aufhört das weg sind zwischen die zeit hier entspringt so ja max war doch noch da wo sie denn auf einmal drehen Signatur Uh oh Das ist wehrt Am Ende ist es doch Denk an Mark Schefferson Max Ich vertraue niemals einen Lehrer Nachricht von Diamond ansehen Die Amanda der lebendigen Welt nach dem Kuhschädel fragen Das finde ich doch super Sie sagen mir, welche Amanda ich reden muss Hey Max, ich werde mich nur um zu fragen, ob du was von Moses gehört hast Er ist heute einen Tag oder mehr offline Und ich mache mir Sorgen Gib ihm etwas Raum Er braucht Zeit Es ist vielleicht eine gute Idee, ihm etwas Raum zu lassen Er sollte im Moment nicht allein sein Das sieht er vielleicht anders Zumindest im Moment Es hat schon gebraucht, dass er etwas allein sein wollte Es hat schon gebraucht, dass er etwas allein sein wollte Mit diesem Kuhschädel auf sich Manchmal Ja 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 Ich habe mich dann Was ist die Frage Was ist die Frage? Hast du irgendwelche Skälen Gäste 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 Das ist eine extrem komplexe Frage Und ich glaube, dass die Antwort ist vouzen Ja Unser CD Sei das in millimeter Ich stolz zu wissen, warum du preguntest Sofies Auto wurde beschädigt. Amanda! I didn't notice your cow got rustled. Literally just this morning, before I clocked in. It had to be sometime last night. Did you know it had Lucas' name on it? Who? Oh, Cole Monero. That makes sense, he's the one who donated it. Seriously? Why a cow skull? I have no idea. I'm like, physically incapable of listening to that dude when he talks. You're not going to miss the creepy cow skull? Even a little? Eh. If it was one of the local pieces, I might be a little more broken up about it. But, considering the source, I'm probably not going to lose a lot of sleep. Did you see anything suspicious? I mean, the Abraxas kids are perpetually suspicious. They took up like six tables last night. Maybe one of them saw something. Hell, maybe one of them stole it. Thanks. I appreciate the info. Anytime, Nancy Drew. What? What? Nancy Drew. Fuck. I need to think. What is going on? Er – doch. Nein, Um Miss Veers, Jemand hat einen Kuhschädel durch Safis подschutzscheibe geschmissen. Ach so, da steht ja das gleiche. Naja, fast. Amanda meint, die Abrax-Mitglieder wissen vielleicht etwas, denn sie waren an den Abend, als der Kuhschäle verschwand dort. Niemand hat den Kuhschäle durch Safis Mensch auf Scheibe geschmissen. Die Abrax-Mitglieder haben ihn vielleicht aus der Snapping-Töte geklaut und sie sind, wenn unterstellt, Fynn führt Abraxas. Vielleicht befall er seinen Lakaien, den Kuhschäle zu stehlen. Abrax-Mitglieder 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 Abraxas Abrax-Mitglieder 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 meiner Tochter zu essen, selbst wenn der Ort dafür besser sein könnte. Hey, die Snapping Turtle ist eine wunderbare Kneipe und ich lasse nicht zu, dass du ihre Ähre so beschmutzt. Dann ziehe ich meine Bemerkung zurück. Es gibt viele Dinge, die mir mehr Freude bereiten, als mit meiner Tochter zu essen. Wow, ma. Stimmt, mit Safi zum Mittag zu essen ist immer ein Abenteuer. Ich weiß nie, wie viele meiner Pommes dir diesmal schnibitzen wird. Musst es bitte? Wann habe ich je deine Pommes gemopst? Max und ich bitten nun mal vorher, wie viele es diesmal sein werden. Du schießt, Pommes? Safi, du kannst dir Pommes leisten. Bäm, ma. Er macht Witze. Sag ihr, dass du wirst du jetzt, Moses. Dasselbe geht für mich am Mittagessen mit meiner Partnerin. Ist zu planen, ist schwierig, aber es ist schön, wenn es klappt. Bring kein Messer zu einem Spielpistolen-Gefecht. Hashtag Inspiration. So wahr, ich liebe diesen Account. Jemand ist in mein Zimmer eingebrochen. Arschloch. Oh mein Gott, ist alles okay mit dir? Ja, lol. Ja, alles okay. Die haben nur zwei leere Notizbücher geklaut. Was zum Teufel? Ein paar Möchtegern-Scores-Mafiosi haben mich von der Turtle erwischt. Mein Wille war stark, aber meine Blase nicht. Scheiße, Alter, ich wollte dir helfen, aber als ich die Tür erreichte, warst du schon am Boden. Ich habe mir auf die Lippe gebissen, als ich fiel, und die haben einfach weitergeschossen. Scheiße, alle sind pleite und brutal hier draußen. Pass auf dich auf, ja? Ich will nicht, dass du dich verletzt. Mach dir keine Sorgen um mich, ich werde gewinnen. Hey, sorry, falls ich etwas so harsch war. Lass einfach ab und zu von dir hören, okay? Oh, ich hätte in die Toilette gehen sollen. Oh, Mist. Oh, ich wusste, ich würde was passen. Ach, du Kacki. Wer ist das? Versprochen. Das war es nicht. Ihr versteht, warum du wütend warst. Ich melde mich, versprochen. Danke, dass du das sagst. Ist zwischen uns alles okay? Ja, alles okay. So, gibt es denn hier wieder ein Sommerobjekt? Uh, Campushof. Direkt zwei. Dann schaue ich mich mal hier etwas um. Okay, da darf ich nicht hin. Gelber Schnee. Ja, komm, komm. Ja, komm. Warte, wo war es noch mal? Campushof, also muss es ja hier irgendwo sein. Buschraschelt. Oh, der sitzt alleine hier. Oh, der sitzt alleine hier. Oh, der sitzt alleine hier. Kann ich auch eigentlich auch so Sommerobjekte sehen? Och, Safi. Oh, jeez, Safi, no. Pfinnen ansehen. Pfinnen ansehen. Pfinnen, also seems to enjoy an audience. Und, uh, don't get cute, either. Hey, du bist auch mal jung. Okay. Like, you were never young. Young, yes. Dumb, maybe. Insufferable. Never. Never. Is certainly a word. You lose something? Mostly my patience. Okay. Hey, I... Yeah, yeah. Cute banter. Barely restrained sexual tension. But... Et cetera. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. What does Vin have been looking for? Let's say I find your missing patience. Then I wouldn't be busy anymore, would I? Hmm. Hmm. With the diamond, the living world, auf den Kampfeshof reden. Ja, ich möchte aber erstmal mich weiter hier umgucken. Okay, hier schon mal kein Bild zu sein. Da ist Schild ansehen. That person is skating on thin ice. And I can't believe I don't even mean that metaphorically. Irgendwo auf dem Campus muss nämlich noch ein Bild sein. Die Frage ist nur, in welcher Realität. No. Brutal. Looks like something's on the prowl. Maybe it was that owl I saw the other night. Wenn ich da will die Capos-Karte ansehen. Dynamische Skulptur. Wo ist das Foto? Lichterkette ansehen. Sofie told me, the campus would be gorgeous for the holidays. Das ist wohl auch ein Foto. Das ist meine Handwriting. Warte. Bin ich der mystery-fotografer? Ich dachte, wir sagen, wir haben noch mehr Ambushes. Stop whining, you're fine. But the Snowball war got called off in Dead World. I don't think this is the other timeline. It must be some other one. Oy, oy, oy. It's like an exfil. They have our man and he knows too much. Hey, shh. Huh? Oh. Hey, hey there. What did Vin put these guys up to? Hey. You know, if you want to ask Diamond out, I can introduce you. I'm 70% sure she doesn't bite. How about I put in a good word with those Abraxas goons are up to? I should say what those Abraxas goons are up to. Good talk. There has to be some way I can hear what they're saying without them catching me. Ich musste nur die Zeitlinie wechseln. So, dann reden wir doch mal mit Diamond. Diamonds in Abraxas. Maybe she knows what Vin is looking for. Waiting for someone Diamond? Mm-hmm. Moses. He asked me to help him carry snacks back to the lab. But I guess he forgot. Isn't that kind of menial for a TA? So, my job is menial now? I didn't. I'm fucking with you. Nah, Moses probably just got distracted off polishing his new telescope. If it were anyone but him, I'd ask if that was a euphemism. Those Abraxas kids are really staring, huh? That one on the left is super into me. I danced with him once, once at a club last week. No. Riecht mich jetzt nicht so an. Em? I mean, I was just looking to dance. If I wanted more, you would not be my first choice. Besides, they're on the clock for Vin now. Probably trying to catch me in Abraxas-like behavior. Oh, na, gewesen für Abraxas? What even qualifies as un-Abraxas-like? Let's see. Sincerity, brokenness, or the hint of brokenness. Oh, and challenging Vin's authority. I think Vin's lost something. It's clearly rattled him. Well, uh, I'll ask the Goon Squad. Good call. Mehr über die Abraxas mit Kid erfahren. Wo kann ich hier die Zeit in ihr wechseln? Ach, hier kann ich die Zeit in ihr wechseln. So, dann schauen wir doch mal, was sie zu verbergen haben. Das muss ungefähr hier gewesen sein. Ich bin, wie es ein bisschen. Ich bin, wie es ein bisschen. Ich bin, wie es ein bisschen. Wenn es ein bisschen. Aber wenn es ein bisschen. Ein Diamond kann wahrscheinlich finder eine Chance. Ich bin. Oh, shit. Good point. Holy shit. Someone took Vin's phone? gut zu wissen habe ich hier eigentlich auch wieder was observatorium aussichtspunkt hier kann ich auch die zeitlinie wechseln ok ich bin schon mal kurz auf dem app gucken wir sind hier die kürze ich muss oben rechts im observatorium mal ob er dort hinkommen bei da wartet schon wir auch noch mal ich sie okay wenn man dieses geräusch kommt ist ein potallänner näher ok diamond is in braxis to why would men's goons think she took his phone ich gehst auf das observatorium oder nicht er wird aus der torion Untertitelung des ZDF, 2020